Ja, hi zusammen! In dem Video möchte ich euch die Lampen vom März-Sale vorstellen, aber erstmal die Infos zum Sale. Das Datum blende ich euch ein und besonders lange ist der Sale dieses Mal leider nicht, aber dafür gibt es wieder ein Gewinnspiel. Und zwar verlost Olaid unter all denjenigen, die während des März-Sales was über meinen Affiliate-Link bestellen. Dann 4 Baytent 3 in der Roadster Edition, also in türkis, orange, mit diesem schwarzen Reifenmuster da drauf. Die ist, glaube ich, limitiert auf 6.000 Stück weltweit. Ihr findet den Link in der Infobox unter dem Video und im angepinnten Kommentar. Und mit dem Gutscheincode FRIT20 gibt es während des Sales 20% Rabatt auf die nicht reduzierten Sachen. Und ich denke, wenn man noch was mitbestellen möchte, dann dürfte das ganz interessant sein. Und es gibt auch noch eine kostenlose Gober für jeden, der sich einloggt. Dann mal gleich zu den Lampen und anfangen möchte ich mit der Baytent 3 Pro Roadster. Da gab es ja schon die Nicht-Pro-Version in dem gleichen Finish und ich finde das ziemlich cool. Wobei es natürlich auch Geschmackssache ist, gerade mit diesem türkis, orange und dann dieses Reifenmuster hier. Also das muss man schon mögen, aber ich finde die Lampe nicht nur vom Design her ganz cool, sondern auch von den technischen Daten. Man hat hier 1500 Lumen im Turbo-Modus, was schon wirklich ordentlich hell ist. Und trotzdem ist die Lampe noch angenehm kompakt. Also man kann die problemlos in der Hosentasche noch mitnehmen, in der Jackentasche sowieso. Und auch im EDC Organizer nimmt sie nicht so wahnsinnig viel Platz weg. Mal noch zum Vergleich, die Baytent 3. Also die Pro ist vielleicht nicht ganz doppelt so groß, aber schon so grob würde ich mal sagen, wenn man das ein bisschen rundet vielleicht und vielleicht so zwei Millimeter breiter. Aber ich würde mal sagen, man kann die problemlos noch in der Hosentasche mitnehmen. Also ich hätte da keine Probleme oder habe da keine Probleme. Und ich weiß, dass andere Leute auch solche Lampen dieser Größenklasse mitnehmen. Von daher ist es durchaus auch noch machbar. Und durch den 18650er Akku hat man auch eine ordentliche Akkulaufzeit. Zum Beispiel 600 Lumen für drei Stunden oder 120 Lumen für 17 Stunden. Und damit kommt man dann schon echt weit. Dann gibt es eine komplett neue Lampe, die Javelot. Und zwar gleich in zwei Farben. In OD Grün und in diesem Matten Schwarz. Beide sehr beliebte Farben. Und da habe ich auch schon ein Video gemacht, wo ich sie verglichen habe mit der Javelot Mini. Und der Warrior X4. Wenn ihr euch dafür interessiert, dann schaut euch am besten mal das Video an. Von daher hier mal nur eine kurze Kurzfassung. Beide sind relativ ähnlich, also auf Reichweite ausgelegt. Und einen ähnlich großen Spot. Ähnliche Lumenwerte. Preislich auch so kein wahnsinnig großer Unterschied. Beide haben übrigens eine runde LED. Und beide haben leider einen Grünstich, was in meinen Augen der größte Kritikpunkt ist. Der Vergleich hier, also bei der Warrior X4, die hat einen größeren Spot. Und ist ein ganzes Stückchen heller. Dafür auch nochmal größer. Und bei der Javelot hat man jetzt hier an der Seite auch noch einen Seitenschalter. Also nicht nur den Endkappenschalter mit zwei Stufen. Sondern auch noch diesen seitlichen Schalter. Und damit hat man dann auch Zugriff auf fünf Helligkeitsstufen. Angefangen bei 0,5 Lumen. Und damit ist er dann nochmal ein Stückchen universeller. Die anderen fangen hier bei 200 Lumen an. Und hier sind es 300 Lumen. Also da hat man keine Moonlight-Modi. Und den hat man hier halt schon. Abgesehen davon hat er trotzdem auf Reichweite ausgelegt. Und einen 21700er-Akku mit 5000 mAh. Und trotzdem noch vergleichsweise kompakt. Und sie hat auch den überarbeiteten Endkappenschalter von der Warrior X4. Als nächstes gibt es zwei neue i3T. Beziehungsweise einmal eine i3T in Traumblau. Und ich finde das ehrlich gesagt eher grün oder so einen Grünton als blau. Aber egal. Und hier in der Mitte hat man so golden Akzente. Und hier die i3T 2. Also die neue Version in Sweet Pink. Olight nennt die Farbe zumindest so. Ich würde das eher mal als rosa bezeichnen. Und die Lampe scheint mir in dem Fall auch nicht eluxiert zu sein. Sondern lackiert. Also ein kleiner Unterschied. Warum die Traumblaue i3T noch die alte Version ist, kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht gab es ja noch Restbestände. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Die Unterschiede halten sich aber auch ein bisschen in Grenzen. Also hier hat man 180 Lumen im hohen Modus. Hier sind es 20 Lumen mehr. Also 200 Lumen. Dann ist der Klipp ein bisschen anders befestigt. Hier konnte der noch außen drehen und die Lampe ein bisschen verkratzen. Hier ist der unter dem Endkappenschalter. Also der ist ja so reingeschraubt. Da kann er die Lampe nicht verkratzen. Finde ich eigentlich ganz cool. Und man kann jetzt bei der Lampe auch einen 10-440 Akku verwenden. Und damit kommt sie dann auf 300 Lumen. Aber ehrlich gesagt, ob die es 200 oder 300 Lumen hat, das ist mir gar nicht mehr so wahnsinnig wichtig. Ansonsten muss ich glaube ich gar nicht mehr so viel zu der i3T sagen. Die gibt es ja schon eine ganze Weile. Ich persönlich mag sie deutlich lieber als die i5T, weil sie nun mal kompakter ist. Also die ist wirklich so schmal. Die kann man jeden Tag mitnehmen und merkt gar nicht, dass man sie dabei hat. Da mag ich die echt gerne. Und wenn ich dann mal mehr Leistung brauche, dann greife ich in der Regel eh zu der i3 so rum. Also das sind so die beiden Lampenklassen, die ich ganz gerne mitnehme. Bisschen mehr Leistung, Tailstand-fähig, magnetische Endkappe. Und wenn sie ultra kompakt sein soll, hast du eine i3T. Und für so kleine Aufgaben wie den Weg vor sich auszuleuchten, der reicht ja auch wirklich locker aus. Und die läuft mit einer AAA-Batterie. Und da hat man dann im Notfall auch Batterien irgendwo im Haushalt. Meinetwegen in der Fernbedienung, in einem Wecker oder sonst wo. Da kann man dann die Batterien verwenden. Habe ich ehrlich gesagt noch nie gemusst. Aber das Gefühl, das machen zu können, ist ja irgendwie auch ganz nett. Von daher sind diese AA- oder AAA-Lampen immer ganz beliebt. Und neben der i3T in Traumblau gibt es auch noch die Warrior 3S in Traumblau. Und das sieht halt echt schick aus. Also ich würde es halt echt nicht als blau bezeichnen. Eher so ein grün-blau-Ton, wie auch immer. Mit goldenen Akzenten. Das sieht halt schon echt stark aus. Also gefällt mir echt ganz gerne. Die Lampe an sich ist nicht neu. Halt diese Farbe. Und im Gegensatz zu der i3T ist es ganz offensichtlich eine deutlich größere Lampe. Ich kann mir auch ganz gut vorstellen, dass man das als Kombination hat. Die hier als EDC-Lampe und die hier als Arbeitslampe, die man dann halt nur verwendet, wenn man sie braucht. Meinetwegen daheim. Oder wenn man eine Nachtwanderung macht oder zelten ist oder so, nimmt man halt die mit. Und im Alltag die hier. Also das gibt wirklich eine tolle Kombination ab. Wobei es mit Sicherheit auch Leute gibt, die so eine Lampe in so einer 21-700er Größenklasse jeden Tag mitnehmen. Soll es ja auch geben. Man kann eben auch wunderbar ins Auto legen. Dann hat man da wirklich eine sehr starke Lampe im Notfall. Und genau genommen schafft sie im Turbo-Modus 2300 Lumen. Also wirklich einen hohen Lumenwert. Regelt auch runter, also hat einen Annäherungssensor. Sodass man sich da kein Loch irgendwie in die Jagentasche, Hosentasche, sonst was schmort, wenn die aus Versehen angeht. Ansonsten hat man halt hier einen Endkappenschalter und hier einen Seitenschalter. Man hat LEDs, die über den Akkuzustand und den Helligkeitsmodus informieren. Man kann sie umschalten in einen taktischen Modus. Dazu drückt man hier den Endkappenschalter und dann den Seitenschalter. Und dann hat man direkt Zugriff auf Strobe und den Turbo-Modus. Also die kann einiges. Sieht auch wirklich richtig schick aus in diesem Gold-Grün-Blau-Farbton. Also ich mag die Lampe auch echt gerne. Gerade wenn man irgendwie eine Nachtwanderung oder sowas macht oder campen ist, selten ist, dann kann man die wirklich angenehm mitnehmen. Und wenn man die in der Hand hält, dann passt das für mich auch von der Größe. Dafür hat man halt diese hohen Lumenwerte, lange Akkulaufzeiten. Ein schickes Design. Also die Lampe mag ich echt ganz gerne. Und was auch noch mitgeliefert wird, das ist so ein Holster. Sehr hochwertiges Holster. Druckverschluss. Man hat hier unten eine Öffnung. Da sieht man dann, wenn die Lampe an ist, leuchtet dann durch. Innen drin gepolstert mit so einem Mikrofasermaterial. Hinten Druckknopf. Kann sie aber auch durchfädeln. E-Ring. Also ein gut durchdachtes Holster. Hier oben auch eine Öffnung. Also wenn man die andersrum reintut, sieht man auch, wenn sie an ist. Leuchtet also da oben auch durch. Also wenn man die richtig reinpackt, so rum, dann wird man sehen, wenn die an wäre. Also hier leuchtet dann durch. Das sind so kleine Details, die einfach durchdacht sind und die mir dann einfach auch Spaß machen. Die kann man auch problemlos damit in den Rucksack mitnehmen. Also ich würde mir so eine Lampe nicht an den Gürtel machen. Das ist ein bisschen eher was für Leute, die die im taktischen Bereich verwenden. Aber ich schmeiße die so in den Rucksack, weil ich da einfach noch andere Sachen habe. Wenn ich da einen Laptop dabei habe oder ein Tablet oder was auch immer, dann zerkratze ich mir das nicht, wenn die da in diesem Holster drin ist. Von daher verwende ich so ein Holster immer ganz gerne. Dann gibt es noch die Diffuse in Audi Grün. Und das dürfte einige freuen. So Doppel-A-Lampen sind ja immer sehr beliebt. Auch wenn ich persönlich eher so eine Triple-A-Lampe bevorzuge. Die ist einfach nochmal ein ganzes Stückchen schmaler und da merkt man gar nicht, dass man sie dabei hat. Das finde ich ganz cool. Auf der anderen Seite hat man hier halt einen Lithium-Ionen-Akku und damit kommt man im höchsten Modus auf 700 Lumen. Also schon eine ganz andere Lampenklasse. Und mit dem Seitenschalter hat man auch mehr Modi. Also Low, Medium, High, Turbo. Also da hat man noch mehr Möglichkeiten. Man kann den Akku hier übrigens direkt aufladen. Also kann ich hier hinten diese Endkabel aufdrehen und dann den Akku direkt über USB-C aufladen. Also sehr universell. So ein USB-C-Kabel hat ja vermutlich jeder. Ja, die Lampe ist auch Telstan-fähig. Das ist mein größter Kritikpunkt an der i3T und der i5T. Dass man die einfach nicht hinstellen kann. Das geht nicht und das mache ich einfach ganz gerne. Von daher greife ich auch immer ganz gerne zu der Baton 3. Auf der anderen Seite, die ist vielleicht ein bisschen kürzer, aber dafür ist sie ein bisschen breiter. Hat halt alles seine Vor- und Nachteile. Muss jeder wissen, was er möchte. Ja, das soll es schon wieder gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Und wenn ihr was bestellt, würde ich mich freuen, wenn ihr über meinen Affiliate-Link gehen würdet. Dann nehmt ihr auch automatisch an der Verlosung von den 4 Baton 3 Pro Teil. Und falls ihr bei dem Sale was Nicht-Reduziertes bestellt, dann denkt an meinen 20% Rabattcode. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.